Kinder erklären den Sonnenschutz. Es ist meistens weif. Es hat einen Deckel und ein kleines Loch unter dem Deckel. Aber manchmal habe ich das mir so drauf gemacht. 30, 50. Ja, ich glaube 100 auch. Ja. Für die Haut. Ich kann das schon alleine. Oder man spritzt es. Das gibt es nämlich auch. Es gibt einen Roller, das rollt man. Wisst ihr, was es ist? Sonnencreme.